Hallo, mein Name ist Johanna Birke, ich bin Forscherin am Institut für Interactive Systems and Data Science und ich beschäftige mich mit Erfahrungen und Experimenten und Simulationen oder auch Videospielen, die vielleicht in verschiedenen Bereichen verwendet werden können. Ich bin sowohl im Bereich Datenanalyse interessiert, aber auch, wie wir Spiele dazu verwenden können, designmäßig, um zum Beispiel E-Learning-Applikationen interessanter zu gestalten oder Health-Applications. Meine These ist, dass Videospiele uns und die Welt um uns herum besser machen können. Videospiele haben immer schon einen großen Einfluss auf mich gehabt. Schon als kleines Kind, als ich noch nicht einmal richtig Schreiben und Lesen gelernt habe, bevor ich noch in den Kindergarten gekommen bin, habe ich schon Videospiele gelernt oder mit Videospielen gearbeitet. Und für mich war das einfach so toll, diese interaktiven Welten zu begehen. Und mir hat das extrem inspiriert. Und auch als kleines Mädchen damals habe ich dann einfach gesehen, ich möchte selbst solche Welten gestalten können. Und mir hat das irrsinnig inspiriert, dass ich durch solche kreativen Arbeiten mich selbst ausdrücken kann. Und zwar durch die Informatik. Und das war für mich definitiv der Grund, dass ich Informatik zum Studieren angefangen habe. Diese interaktiven, erlebbaren Gedanken, Welten auch für andere erlebbar zu machen. Und das war für mich eine der Hauptattraktionen eigentlich der Informatik. Und meine persönliche Motivation, das Informatik studieren, habe angefangen. Ich habe dann als Kind und Jugendliche viele Videospiele gespielt, bin dann eigentlich draufgekommen, dass das von der Gesellschaft durchaus negativ belastet ist. Ich habe das für mich eigentlich nicht verstanden, warum das negativ gesehen wird. Weil es für mich doch durchaus eine positive Erfahrung war, wenn ich als kleiner Prinz im Prinz of Persia durch die Welt herumhupfen kann und die Welt retten kann. Und das hat mich immer fasziniert, warum was für mich so positiv ist, für alle anderen so negativ belegt ist. Und ich beschäftige mich auch heute noch sehr mit Videospielen und zwar mit allen Arten von Videospielen. Und was mir aufgefallen ist, dass die meisten nicht wissen, was Videospiele eigentlich wirklich sind. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Die meisten glauben sofort, Videospiele sind doch nur diese Shooter und sind irrsinnig brutal und sind eigentlich die Ursache von allem Bösen dieser Welt. Aber in Wirklichkeit sind Videospiele etwas durchaus Positives und es gibt ganz andere Spiele. Also man kann sich Videospiele vorstellen wie Filme. Also bei Filmen gibt es ja nicht nur Actionfilme. Es gibt durchaus auch Dokumentationen. Dokumentationen findet man genauso im Spielebereich. Sachen, durch die ich lernen kann, Erfahrungen, durch die ich lernen kann. Oder ein Beispiel, was ich da nennen will, ist Pass Out. Pass Out ist ein Videospiel, das dauert ca. ein, zwei Stunden, wenn man es spielen möchte. Also eine durchaus kurze Erfahrung. Und man erlebt das Leben von Abdullah Karam. Abdullah ist ein Syrer, der 2014 aus Syrien geflüchtet ist. Und er erzählt seine Reise und das, was er erlebt hat, durch dieses Videospiel. Man spielt Abdullah. Und wenn man einen Fehler macht, dann stirbt Abdullah vielleicht. Und das ist halt durchaus eine tragische und durchaus reale Geschichte, die man dann einfach besser versteht, indem ich mich im Videospiel befinde. Und ich glaube, dass das durchaus einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben kann, wenn wir diese Videospiele als Lernerfahrung und Erlebniserfahrung sehen können. Durch Videospiele kann ich einfach Erfahrungen machen, die ihr sonst nicht machen könnt. Durch mit Augen sehen, durch die ihr sonst nicht sehen könnt. In Fußstapfen steigen, die sonst für mich nicht besteigbar wären. Und ich kann einfach extrem viel erleben und sehen, was sie sonst nicht machen können. Und das ist extrem wichtig. Ich glaube, gerade Spiele wie Path Out, die Sicht von einem Flüchtling ist in unserer Zeit so wichtig, ein bisschen ein Verständnis, Empathie zu bekommen. Empathie ist hier auch ein ganz großer Stichwort. Und Empathie kann ich am besten lernen, indem ich selbst erlebe, indem ich selbst sehe. Vielleicht ein weiteres Beispiel, was ihr geben könnt, ist das Videospiel This War of Mine. This War of Mine ist entwickelt worden von einem polnischen Studio, glaube ich. Und sie haben versucht, das war auch ein relativ kleines Team. Und sie haben versucht, den Krieg von Sarajevo darzustellen. Und wie gesagt, es gibt noch diese Kriegsspiele. Und man spielt immer diesen Kriegshelden im Kriegsspiel. Und man muss halt die Welt retten und alle umbringen deswegen. Aber in dem Spiel sieht man genau die andere Seite von dieser Münze. Und zwar die Seite der Zivilisten. Das heißt, ich spiele nicht den Kriegshelden, sondern ich versuche, auf der anderen Seite den Krieg einfach nur zu überleben. Und das ist eigentlich ein ganz tragisches Spiel. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen an wie so ein Ressourcenmanagement-Spiel wie Sims zum Beispiel. Ich versuche, Nahrung zu bekommen. Ich versuche, dass es mir immer warm ist. Ich versuche, dass ich nicht krank wäre. Und das Gleiche auch um die Leben um mich herum. Das heißt, ich bin da vielleicht mit meiner Familie oder mit meinem Freund in den Ruinen und versuche, mich zu verstecken vor diesem Krieg außerhalb. Und dann ist eigentlich das Spannende, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel mein Liebster, meine Liebste krank wird und kurz vorm Sterben ist. Und ich muss erst raus. Ich muss raus quasi plündern, um Medikamente zu finden, damit ich vielleicht dieses Leben rette. Und das Spiel bringt mich einmal in die Situation, wo ich dann rausgehe und dringend nach diesen Medikamenten suche. Und dann finde ich ein altes Pärchen, ein altes Paar, was selbst schon ganz schwach ist und die Medikamente selbst dringend braucht. Was mache ich jetzt? Nehme ich ihnen die Medikamente weg, damit ich meine eigene Freundin, meinen eigenen Freund rette. Oder was eventuell quasi das Ende von diesem alten Paar bedeuten könnte. Oder dass meine Freundin oder mein Freund sterben. Und das ist auch wieder etwas Spannendes, was eigentlich durch Videospiele oder Spiele allgemein machbar wird. Ich werde als Spieler, Spielerin in die Situation gezwungen oder in die kommende Situation, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Und die Entscheidung, in dem Fall ist es keine angenehme Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung, die mich zum Denken anregt. Und genau dieses Denken ist etwas, was wichtig ist für unsere Gesellschaft, damit wir eigentlich uns und das Umfeld um uns besser verstehen. Also bei den Nachteilen, da sind wir auch dort, wo auch diese typischen Vorteile zu finden sind. Es gibt halt immer noch diese Idee, dass Videospiele Gewalt verherrlichen, was bis zu einem gewissen Teil sicher stimmt. Aber das ist ähnlich wie bei Actionfilmen. Und es gibt sowohl Studien pro und Studien dagegen. Und es gibt aber keine Korrelationen, dass das wirklich Massenmörder hervorbringt. Es gibt sogar Studien, die eigentlich das Gegenteil aufweisen. Meiner Meinung nach sind Videospiele sogar ein gutes Medium, damit man besser versteht, was ist eigentlich real und was ist nicht real. Ein Fakt zum Beispiel ist, dass Videospieler, Spielerinnen eher die Fähigkeit bekommen oder lernen können, zum luziden Träumen. Diese lucid dreams. Das bedeutet so viel, dass ich meine eigenen Träume steuern kann. Und das funktioniert so, dass ich im Traum plötzlich weiß und mir bewusst bin, dass das kein reales Erlebnis ist, sondern ein Traum. Und das kann ich üben und lernen, weil wenn ich in Videospielen interagiere, bin ich mir durchaus bewusst. Oder das ist ja das Spiel und das ist Realität. Und das ist halt auch wieder ein Zeichen dafür, dass sich Videospieler, Spielerinnen doch durchaus bewusst sein, was real ist und was nicht real ist, was oft als dieses Teufelsmedium beschrieben wird. Also das ist ein Vorteil, was meiner Meinung nach nicht unbedingt stimmt. Man muss sich aber doch durchaus Entwickler bewusst sein, welche Messages, welche Nachrichten, welche Inhalte man vermitteln möchte durch das Spiel. Weil wie gesagt, es ist mächtig und ich als Entwickler kann Situationen zeigen, kann Entscheidungen treffen lassen. Aber das ist halt natürlich emotional wieder ein bisschen eine Spur heftiger, als wenn ich jetzt mit diesen traditionellen Medien Arbeit. Wenn wir jetzt noch Virtual Reality Erfahrungen hinzufügen, ist es natürlich noch eine Spur intensiver. Und da müssen wir als Entwickler, als Entwicklerin doch sehr darauf bedacht sein, was möchten wir herzeigen, welche Erfahrungen möchten wir teilen und interaktiv erlebbar machen. Ein weiterer Punkt ist natürlich dieser Suchtfaktor. Der ist natürlich auch in Zeiten von Fortnite und Co. wieder ganz, ganz stark debattiert. Und das kann durchaus ein reales Problem sein. Und meiner Meinung nach ist es wieder auch stark, sowohl an uns als ein Teil vom Entwicklungsaufwand, dass wir uns Methoden überlegen, damit wir die Spieler bewusst nicht super süchtig machen. Ich bin ein großer Fan von diesen kurzen Spielen, von diesen 2-Stunden-Erfahrungen, die ich vorher schon erwähnt habe. Ich bin aber trotzdem genauso Spiele wie Fortnite, habe Guild Wars gespielt und kenne auch dieses Gefühl, dass man weiter und weiter spielen möchte. Und das ist auf der anderen Seite aber wieder durchaus eine Aufgabe von mir als Spielerin, dass ich mich selbst quasi die Zeit einteile. Genauso viele Leute sehr süchtig nach diesem ständigen Binge-Watching zum Beispiel oder wirklich für TV-TV-Serien anschauen. Und das ist in meiner Verantwortung, dass ich mir die Zeit einteile und Zeit nutze. Beziehungsweise auch die Verantwortung der Eltern, wenn wir jetzt an die Jugendlichen denken. Für mich ist aber ein Videospiel, für mich ist es gleichwertig. Für mich ist es eine gleichwertige Erfahrung wie ein Buch lesen oder wie einen Film anschauen oder Dokumentation anschauen. Einen Abend lese ich lieber ein Buch, dann nehme ich immer 2-3 Stunden. Einen Abend spiele ich lieber ein Videospiel und dafür nehme ich immer 2-3 Stunden. Und für mich ist es gleichwertig und ich lerne aus allem. Und für mich ist es überall vielleicht eine lustige Erfahrung, manchmal eine traurige Erfahrung, aber auf jeden Fall etwas, was mich irgendwie mitreißt. Also auch wenn jetzt oft darüber geredet wird, dass Virtual Reality und Co. irgendwann einmal die Realität einnehmen. Also wir sind technisch noch so weit davon entfernt, dass es wirklich fast unrealistisch ist, sich Gedanken darüber zu machen. Aber natürlich sind es ethische Fragen, die spannend sind. Das sind ethische Fragen, über die wir uns Gedanken machen sollten. Aber was ich einfach erlebt habe, die Menschheit sucht ständig nach diesem Connect zur Natur und zur tatsächlichen Realität und zu Menschenbeziehungen. Und natürlich müssen wir uns überlegen, wenn die Menschheit sich mehr zur Virtualität als zur Realität angezogen fühlt. Was sind die Gründe dafür? Was machen wir eigentlich in der Realität falsch? Aber technisch sind wir noch weit davon entfernt, dass wir in die Richtung abschwerfen können. Also ich glaube, dass Entertainment-Medien wie Spiele einen immer größeren Teil unserer Gesellschaft und unseres Alltags einnehmen werden. Inzwischen, was die wenigsten wissen, aber die Spieleindustrie macht weit mehr Umsatz als Hollywood zum Beispiel. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Aber das ist einfach ein Medium, das immer wichtiger wird. Und es ist wichtig, dass wir jetzt schon verstehen, was ist das Medium? Wie können wir es nutzen? Wofür können wir es nutzen? Und wir müssen es einfach besser verstehen. Es darf uns nicht einholen, bevor wir das Medium richtig verstanden haben und auch richtig benutzen können. Ich glaube, dass es extrem viele Vorteile gibt in der Benutzung von Spielen und Virtual Reality Environments, damit man Elemente eben wie Lernen und Verstehen einfach besser machen kann. Wir selbst arbeiten gerade an einer Lernumgebung, die Spielelemente verwendet, aber nicht ausschließlich, sondern auch Virtual Reality. Weil ich glaube einfach, die neuen Generationen sind mit diesen Medien aufgewachsen. Ich bin selbst in einer Generation, ich kenne eine Welt ohne Videospiele nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Aber das ist eine Generation, die jetzt in die Schulen kommt und in Schulen ist, die nicht einmal eine Welt ohne Smartphone kennt. Und das sind halt für uns ganz nur Herausforderungen. Aber warum das als Herausforderung sehen und warum nicht eher als Chance, um diese Medien tatsächlich sinnvoll zu nutzen und auch diesen Willen, sich mit diesen Medien und zum Beispiel mit Videospielen auseinanderzusetzen und das positiv belegen. Zusammenfassend möchte ich einfach sagen, dass ich durchaus glaube, dass Videospiele das Potenzial haben, die Welt um uns besser zu machen, indem wir einfach Erfahrungen teilen und Erfahrungen erlebbar machen, um die Welt um uns zu verstehen und die Gesellschaften um uns besser zu verstehen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Spiele durchaus Potenzial haben. Sachen, die sonst irgendwie negativ belastet sind, wie zum Beispiel lernen, interessanter zu gestalten, irgendwie attraktiver zu machen. Und das sollten wir ansetzen. Und das ist meine Hoffnung für die Zukunft. Das ist eine Geschichte und die Zukunft. Die Zukunft Untertitelung des ZDF, 2020